Da draußen findet ein Klimawandel statt und jede Minute, jedes Jahr, das wir länger warten, wird die Reparationsleistung deutlich teurer. Wenn ich als Pinsberger mit meiner 2000-Einwohner- Gemeinde heute unsere jungen Schülerinnen und Schüler zur Schule spazieren sehe mit ihrem Rucksack und ihrem Schulransen, dann kann man darüber nachdenken, sie werden diese vier, fünf Grad, wenn wir nichts tun, erleben. Und damit wird Bayern ein komplett anderes Gesicht. Diese Generation wird vor Herausforderungen stehen, die wir uns mit unserem Lebensstil leisten. Ich glaube, wir werden bittere Fragen bekommen.